Ja, hallo Olga, hallo liebe Zuschauer. Mein Name ist Eugen Schmidt, bin Landesbeauftragter für Russlanddeutsche AfD NRW. Wir sind gestern hier in Hamburg angekommen mit Wahlkampfunterstützung aus NRW. Auch einige Russlanddeutsche dabei, um unsere Lieblingskandidaten im Wahlkampf Hamburg, Olga Petersen, zu unterstützen. Haben heute ganzen Tag durchgehend plakatiert und heute Abend mehrere Plakate hinter uns hinterlassen, aufgehängt. Auch die Flyer verteilt und damit am 23. Februar die AfD die besten Chancen hier im Parlament bekommen kann. Vielen Dank.